Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht heil wie die NASA, ich hoffe du ahnst das, komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinem neuen Tag, ja. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, and everyone in between, es ist Donnerstag, der 27.07.2023 und wir haben Folge 175. Wo ihr auch immer gerade seid, ob ihr noch auf dem Deichbrand steckt und der Trecker euch noch nicht rausgezogen hat, weil es dann doch ein bisschen mehr geregnet hat, als es eigentlich sollte oder ihr gerade irgendwie euch versucht irgendwo festzukleben, aber keiner kann das mehr verstehen, weil der Juli so gesehen ja ins Wasser gefallen ist hier in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie man sich so gesehen als Klimakleber jetzt gerade oder Klimaaktivistin halt irgendwie fühlt, weil man fühlt sich ein bisschen vom Wetter verarscht. Ja, Rodos brennt, also von daher haben sie alles richtig gemacht. Ja, Rodos brennt, Hauptsache Rodos brennt. Ja, Rodos brennt, wirklich. Ja, ich weiß, es wurde ja gesagt, dass am Tag 47 Feuer ausgebrochen worden sind. Meine Eltern sind gerade auf Koss und die haben halt 43 Grad, da hat keiner Bock drauf, also da hast du doch nicht mal Bock drauf, wenn du am Meer liegst, nicht mal da hast du Bock auf 43 Grad, so, das ist doch total bescheuert. Ja, sieht das Ganze so ein bisschen aus wie in der Intro-Szene von The Crow, fire them up, fire them up, der Tag des Feuers. Naja, die können sich ja noch festkleben und dann immer noch sagen so, naja, aber Rodos brennt, Leute, hier regnet es zwar, aber Rodos brennt. Griechenland, Spanien. Alles brennt. Alles brennt. Alles brennt und ist kaputt. Außer Cuxhaven, das versackt. Genau, Cuxhaven versackt im Regen. Wir sind doch Samstag nicht mehr hingefahren. Wie, ihr seid Samstag nicht mehr hingefahren? Nee, ich hab da doch gespielt, oder nicht? Nee, Freitag waren wir ja da. Ach so. Ich war ja einen Tag, nachdem du da warst, war ich ja da, da hast du ja gemeint, dich vom Deichbrand verpissen zu müssen, um auf eine Hochzeit zu gehen, glaube ich. Zurecht. Nee, fanden wir alle ganz schön doof, mit mehreren Leuten fanden das ganz schön doof. Was, dass ich abgehauen bin? Nee, ich hab einfach das letzte schöne Wetter noch genossen, ich hatte nämlich gar keinen Bock, als ich nämlich die ganzen Storys gesehen habe, wie das Deichbrand irgendwie schon von Freitagnacht. Nee, Freitag ging das alles. Ja, ja, Freitag hat das nur ab und zu mal so ein bisschen geregnet, das war aber nicht wild so, das war alles irgendwie okay. Bei Deichkind hat's nicht geregnet und vor Juju hat's ein bisschen geregnet, das war alles irgendwie entspannt, also das war noch cool. Das konnte man halt noch machen, aber Samstag war halt völliger Abfuck. So, da hat's ja irgendwie die ganze Nacht durchgepisst und auch eben den ganzen Tag über und das war ja irgendwie alles nicht so geil. Was machst du da? Einen Moment, wir haben hier ein Tonproblem. Wir haben ein Tonproblem, meine Damen und Herren. Aber vielleicht liegt es ja hier an und nicht an dem Kabel, das meine ich, ob du einmal mein Kabel da reinstecken möchtest. Verstehst du, was ich meine? Wir sind wieder da, schönen guten Tag. Wir hatten technische Probleme. Nee, Deichbrand, ja, war schön. Du warst Donnerstag da. Wie war's Donnerstag? Ich fahr immer gerne nur Donnerstag hin, weil ich das Gefühl habe, dort hab ich meinen Safe Space, dort hab ich meine Ruhe, dort kann ich ausspannen, dort kann ich ich sein. Nein, ist einfach, ich hab keinen Bock auf 60.000 Leute, überhaupt gar keine Lust. Die waren ja auch Donnerstag schon da. Nee, 60.000 nicht, ich glaub so zwischen 15.000 und 20.000 Menschen waren auf jeden Fall da. Und ich habe mir ganz entspannt Sperling angesehen, die ich ganz großartig gefunden habe, Ängst und Kochkraft. Kochkraft, das zweite Mal innerhalb von einer Woche und ich bin total verliebt in diese wundervolle Band, die ich auf Platte erstmal noch nicht so verstanden habe und erst live dahinter gekommen ist, was eigentlich hinter dieser Band steckt und ich war mit einer Bekannten da und die meinte auch irgendwie, das ist ja total verrückt, was die auf der Bühne machen. Das ist ja total, die sind ja absolut crazy und auch das kann ich bestätigen, weil die haben irgendwie, die haben so eine besondere Attitude. Gut, die haben auch einen, also die haben Druck unter, unterm Arsch. Haben die Licht wieder mitgehabt? Nee, Licht hatten sie nicht dabei. Oh, Licht hatten sie nicht mit dabei. Okay, dann musst du die halt auf jeden Fall nochmal sehen mit Licht, weil das unterstreicht das Ganze halt tatsächlich dann nochmal einen Tacken mehr. Die waren ja letztes Jahr Support für uns bei Großstadtgeflüster für ein paar Termine. Ah. Und weil die, weil wir die total großartig finden. Und ich habe die auf Platte auch nicht wirklich verstanden, aber wo ich die das erste Mal dann live gesehen habe, habe ich das verstanden. Man muss die Band live sehen und am besten wirklich mit Licht, weil die haben immer sauviel Scheißlicht mit dabei, was die auf die Bühne knallen. Und das ist schon cool, das ist schon ziemlich geil, was die da machen auf jeden Fall. Die waren am Samstag noch da. Ja, und ich dachte auch bei der Millern Talk Gallery, als ich die das erste Mal gesehen habe, Mann, das ist doch eigentlich nur eine Band, die passen furchtbar gut zu Großstadtgeflüster. Ja. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite können sie auch Fjord supporten, was sie wahrscheinlich auch schon getan haben. Mit Sicherheit, auf jeden Fall. Weil das absolute Fjord-Fans sind. Und die waren auch am Samstagabend auch alle bei Fjord und an der Bühne und haben sich Fjord angeguckt. Genau. Und bei Kochkraft war dann auch der Gitarrist von Fjord und hat sich die auch angesehen. Der David-Walter. Der David war da. Die sind nämlich schon irgendwie Donnerstag nachts angekommen und er hat sich noch ein paar Bands reingezogen, wie er mir sagte. Genau. Und deshalb, es hat nicht geregnet, es war entspannt. Alle Leute, die ich sehen wollte, habe ich gesehen. Und dann bin ich halt einfach schon am nächsten Tag abgehauen, habe im Auto geschlafen und bin noch sehr, sehr gut vom Parkplatz weggekommen und musste keinen Trecker haben, der mich da rausgezogen hat. Das war nicht sehr schön. Nee, hatte ich auch. Ich kann nur jedem empfehlen, der einen Smart besitzt, versucht erst gar nicht, in eurem Smart zu schlafen. Das bringt nämlich einfach gar nichts. Du hast dann versucht, im Smart zu schlafen? Ja, habe ich wirklich. Ich habe mir extra wirklich eine Decke und ein Kissen mitgenommen und bin dann irgendwann gegen nach Deichen, die nach Fjord, so gegen, weiß ich nicht, halb zwei bin ich kurz nach eins ins Auto und habe mich dann versucht, da irgendwie rein zu quetschen. Und das ist halt schon irgendwie möglich, aber ich sage mal, wenn man unser Alter erreicht hat, ist das nicht mehr schön. Ich bin alle halbe Stunde wieder aufgewacht, weil irgendwas eingeschlafen war und habe dann irgendwann um vier Uhr gesagt, ey, fickt euch alle, ich fahre jetzt nach Hause und habe mich alles wieder weggepackt und bin dann um vier Uhr nach Hause gefahren. Und das war auch echt anstrengend, weil ich halt scheiße müde war. Und überall waren halt Bullen, das war das Allergeilste, überall waren Bullen und ich war da nachts durch, auch durch diesen Ort, wo du da noch einmal durchfährst, überall stand Polizei. Und ich so, Mann, wenn die mich jetzt anhalten, das ist doch wieder richtig kacke. Aber ich habe nichts getrunken oder so, deswegen jetzt nicht, aber glauben die dir eigentlich. Also, wenn die dich nachts um vier anhalten und du sagst, ich habe nichts getrunken. Warum solltest du dein schlechtes Gewissen haben, wenn du nichts getrunken hast? Ne, weil ich übermüdet war. Ach so. Also, weil ich halt müde war, so, ne, safe, so, also, ne, von daher. Aber ich bin gut nach Hause gekommen, auf jeden Fall. Und es war ein schöner, es war ein schöner, ähm, schöner Freitag. Das hat alles sehr Spaß gemacht. Es waren super viele Leute im Backstage, die man kannte, was total schön war. Aber auch so Artiscare machen nur Leute, die man kennt und die auch alle total toll sind. Und ich finde es auch voll schön, dass auch die ältere Generation nochmal Artiscare machen darf, wie Böde und Kasel. Also, dass ältere Menschen noch von Festivals gebucht werden, dass sie ja Artiscare machen dürfen. Fand ich sehr gut. Schon, dass ich da so lachen muss, aber... Wieso musst du da so lachen? Naja, war das halt, war das halt so, ne, also die sind halt älter. Was heißt für dich denn alt? Ja, Böde, weil sie alt ist Böde. Böde ist halt alt, älter als ich. Auf jeden Fall. Aber es war alles, es war alles... Ja, du darfst ja auch immer noch Toolmanagement machen. Ja, das stimmt, das darf ich. Aber es war alles schön. Kultiers waren da und da gab es ein großes Hallo und viel Gehagge und viel rumgeknutscht. Das war sehr, sehr schön. Die Fjordis waren ja da, das war auch voll schön. Und unser Auftritt war auch sehr, sehr gut, tatsächlich. Das Seichbrand-Publikum hat richtig Bock. Das war echt krass. Also es hätte, glaube ich, keiner gedacht, ah, dass es so voll ist, weil es vorher halt auch noch geregnet hatte. Und dass sie so gut abgegangen sind. Also das war, das war ein richtig, richtig guter, guter Auftritt. Also wer das nochmal angucken möchte, kann das bei YouTube machen. Juju Deichbrand 2023. Das war ein richtig gutes Ding. Ist das auch bei euch gewesen, dass Shi Agu... Der hat um 13 Uhr gespielt. Um 13 Uhr gespielt. Ich habe nur diese krassen Videos gesehen, wie Leute alle abgegangen sind. Was ist denn das für ein Phänomen gerade? Völlig absurd. Ich habe den gesehen, der hat angefangen und ich stand am FOH. Also vor dem FOH und habe mir das angeguckt. Und er sagte halt die ganze Zeit so, ah, wie voll das hier ist, wie voll das hier ist. Und ich stand da die ganze Zeit so, hä, wo ist das denn hier voll so? Und dann bin ich dann irgendwann auf die Bühne gegangen und habe dann von der Bühne ausgeguckt. Und das war halt absurd. Ich glaube, das waren einfach alle 40, 50.000 Leute waren halt da. Und haben sich den Bums um 13 Uhr angeguckt. Ich verstehe jetzt Shi Agu. Also ich verstehe, warum das so funktioniert. Weil das einfach, das ist einfache Musik, einfache Tanzen. Einfache Musik für einfache Menschen. Das wollte ich nicht sagen. Aber es ist einfache Musik zum einfachen Tanzen. So. Was ich ein bisschen dreist fand, wo der angefangen hat, hat der DJ vorher einfach nur zwei Songs abgespielt. Einmal Nirvana, Smells Like Teen Spirit und noch einen anderen Song davor. Also komplett gespielt einfach. Und da stand ich so ein bisschen so, okay, das ist super sozial. Das ist totaler Quatsch. Du meinst als Einheizer. Ja, ja, genau. Alter, dann lass es einfach bleiben, Alter. Das ist doch Bullshit. Dann mach ein geiles Intro, verwurste die beiden Songs irgendwie in so einem Intro, aber spiel die nicht eins zu eins einfach nur ab. Also das fand ich total bescheuert. Aber Shi Agu, der ist halt durchgedreht. Die Leute kannten das alle. Es gab Moshpits ohne Ende. Und was wieder richtig, also was richtig geil war, irgendwann vor uns hat sich dann halt so ein Riesenloch aufgemacht, so ein Riesenkreis. Und die standen da alle und dann haben sie halt so gegenseitig angefeuert und Shi Agu spielt halt noch, aber es passierte nichts in diesem Kreis. Und dann war der Song irgendwann zu Ende und der Kreis war immer noch auf. Und ich stand da die ganze Zeit so, boah, das ist genauso peinlich, als wenn du auf der Bühne stehst und Stage-Diven möchtest. Und gerade in dem Moment, wo du loslegen willst, hört die Band auf zu spielen. Genau so peinlich war das, wirklich. Das war mir persönlich unangenehm. Das war so lächerlich, wirklich. Ja, was machen wir denn jetzt in diesem Kreis? Da stehen wir erstmal ein bisschen dumm rum. Können wir ein bisschen häkeln. Also die standen da garantiert eine Minute. Also wirklich, eine Minute war da ein Riesenkreis und niemand hat etwas gemacht. Niemand. Ich sagte, was ist das denn für ein Quatsch? Aber was wiederum schön war, im Gegensatz zu anderen Festivals wie dem Splash oder dem Frauenfeld, es waren unfassbar viele Frauen in diesen Moshpits, in diesen Löchern, wie auch immer. Und es war ein sehr angenehmes Wir-rennen-aufeinander-zu-und-Pogen-Ding. Also es war nicht so, wir bringen uns hier gegenseitig um. Also wir helfen uns halt auch hoch, wenn jemand hinfällt. Das war echt cool. Also das muss ich echt sagen, das haben die Deichbrand-Kiddies und Menschen da sehr schön gemacht. Auf jeden Fall. Ne, das war nett. Ich überlege gerade, was ich noch gesehen habe. Tokio Hotel haben wir gesehen. Ja. Heidi war auch da. Ich habe in diversen Fotografinnen-Stories gesehen, dass da einmal oder das andere Mal Heidi abgelichtet worden ist. Heidi war auch da. Heidi war auch im Backstage. Als persönliche Betreuung für Bill. Bill. Ja, die war auch da. Nee, für Tom. Entschuldigung, für Tom. Ja, sie war auch da und im Backstage war natürlich großes Hallo, wo die dann irgendwann aufgetaucht sind und alle möglichen Leute haben natürlich mit denen Fotos gemacht. Was ich ganz cool fand, dass die sehr, sehr entspannt bei diesen Sachen waren, mit Fotos machen und so. Und jemand aus der Crew, der auch früher bei uns bei Go-Stack-Geflüster gearbeitet hat, der Robin, der ist der Produktionsleiter und er sagte halt, dass diese Rock-Festivals in Deutschland oder überhaupt für die halt ziemlich entspannt und ziemlich cool sind und die überhaupt kein Problem damit haben, im Backstage dann halt Fotos zu machen. Also auch Heidi konntest du halt so anquatschen. Also Sam, unser DJ, hat sich auch angequatscht. So von hinten, ey Heidi. Der hat auch ein Foto gemacht. Das war halt alles irgendwie ganz entspannt. Und ja, das Set von TokioTel war die ersten 20 Minuten, wo es noch lief, cool. Auch der Bühnenaufbau war geil. Die hatten halt so ein riesengroßes, die hatten das Schlagzeug auf so ein riesen Podest gesetzt. Das war garantiert so zwei Meter, zweieinhalb Meter hoch. Ja. Da oben war das Schlagzeug drauf und das war dann so mit Goldvorhängen umhangen. Und da drunter konnte sich Tom immer, nee Bill, wer ist denn jetzt wer? Warte. Tom ist der Frontmann, nee, Tom ist Heidis Freund und der Gitterlist. Genau, so Bill, so Bill konnte sich da immer umziehen. Der konnte dahinter schflitzen und dann hat er sich immer umgezogen und hat andere Klamotten angezogen. Und die hatten auch Feuer und Pushy und alles mögliche. Das war alles echt cool. Bis dann irgendwann nichts mehr ging. Und kein Turm mehr von der Bühne gekommen ist. Gar nichts. Nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Und keiner weiß, woran es hier lege. Wo hat es hier lege? Keiner weiß, woran es gelegen hat. Es glaubt irgendwas mit Frequenzen oder so. Keine Ahnung. Also da hat einfach nichts mehr funktioniert. Und die haben wirklich nach 20 Minuten, 25 Minuten versucht, diese Bums wieder anlaufen zu kriegen. Und das hat nicht funktioniert. Die haben das nicht anlaufen gekriegt. Und die Crew tat mir so leid, weil die halt wie die Geisteskranken über diese Bühne gelaufen sind und versucht haben, den Fehler zu finden. Und sie haben ihn nicht gefunden. Und irgendwann ist Tom, nee Bill, Entschuldigung, Bill, dann zu seiner Crew auf seinen hochhackigen Schuhen so angestackt gekommen. Und hat dann gesagt so, wisst ihr was, Leute, das bringt euch jetzt heute nichts mehr. So, lasst uns einfach jetzt lassen. So, bringt nichts mehr. Wir spielen jetzt einfach durch den Monsoon Akustik. Alles ist cool. Macht euch keinen Kopf. So was passiert. Wir müssen nur für die nächsten Shows halt rausfinden, woran es gelegen hat. So, damit das nicht nochmal passiert. Dann haben die durch den Monsoon gespielt und dann sind sie von der Bühne gegangen. Aber ich fand das so geil, wie entspannt er und auch die ganze Band mit dieser Situation umgegangen sind. Also wirklich jetzt. Da war kein, wir schreien jetzt hier unsere Crew an oder wir schreien unsere Techniker an oder so. Gar nicht. Überhaupt nicht. Die haben den, die haben die völlig in Ruhe gelassen, um zu gucken, was passiert hier. Die haben nicht dazwischen gequatscht. So gar nichts. Und irgendwann, wo sie dann gemerkt haben, ey, das wird heute nichts mehr, dann halt so ganz entspannt, ey, komm Leute, lass uns, bringt nichts. Lass uns einfach lassen. Und das fand ich sehr, sehr cool, weil ich weiß, dass andere Produktionen und andere Künstler völligst ausgerastet werden. Völligst ausgerastet werden. Ja, die haben halt nichts mehr zu beweisen. Ich glaube, die müssen, die müssen ja auch nichts mehr. Deren, ich will jetzt nicht sagen, deren Nebenkarriere als Promi ist ja viel größer als Musiker. Ja, oder als Produzent. Oder als Produzent. Also die müssen ja nicht mehr nach draußen. Also die müssen ja musikalisch jetzt irgendwie nicht mehr. Da ist ja jetzt kein Druckmeister. Ich glaube, die haben das witzigerweise, ist das halt so gekommen. Ich meine, letztes Jahr auf dem Deichband war ich mit jemandem von der Jever Stage im Austausch und wir haben halt gewitzelt, weil da gerade der Kraftklub-Mix rausgekommen ist. Also das Feature rausgekommen ist, 4x4 oder wie er halt hieß und es war nur so, ja, jetzt mit dem Podcast und mit dem Kraftklub-Feature, ich gehe 100% davon aus, dass nächstes Jahr auch Tokio Hotel mindestens auf dem Deichbrand spielen werden oder auf diversen Festivals spielen werden, weil die so wieder rehabilitiert, würde ich nicht sagen, aber so eingegliedert werden. So, jetzt kommt doch mal so der ganze 90s-Boom, dieser ganze Techno-Boom, da passt ja auch irgendwie Tokio Hotel halt wieder hin oder wie jetzt zum Beispiel auch, wie ich gesehen habe, auf der Schanze, ich weiß gar nicht, wann das jetzt ist, das muss jetzt irgendwann diese Woche oder nächste Woche sein, ein Festival nur mit Girls. Mit Girls habe ich gesehen, die Veranschaulterin kenne ich. Ah, okay. Und da spielen dann junge KünstlerInnen, so wie Maribu ist mit am Start. Und? Und, aber als Headlinern ist Blümchen. Genau, ist Blümchen. Steht aber nicht oben als Blümchen, sondern als Jasmin Wagner, glaube ich, oder? Jasmin Wagner, genau. So, dass halt sozusagen diese ganzen alten, wie kann man nur sagen, Guilty Pleasures auf einmal wieder Platz finden auf den Festivals, wo sie früher nicht existiert haben. Weil stell dir mal vor, Tokio Hotel hätte auf dem Hurricane 2007 gespielt. Das hätte nicht funktioniert. Das hätte nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt. Und Blümchen muss sowieso nächstes Jahr, also ich weiß gerade so ein bisschen, wer da gerade das Booking in die Hand genommen hat. Und Blümchen muss nächstes Jahr halt auf jedem scheiß Festival spielen. Die kannst du auf dem Hurricane packen, auf dem Southside, auf dem Highfield, auf dem Deichbrand, überall hin. Weil die Frau halt schon immer schneller mit ihren Beats war als Finch und alle anderen. Die hat ja schon immer sauschnelle Beats gehabt. So. Und stell dir die Frau eine halbe Stunde auf die Bühne, die spielt acht Hits und die Leute drehen halt völligst frei. Wie ein Bum, 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 Bumerang. Piep, piep, kleiner Satellit. Alles, Alter. Und das ist sauschnell und sauhart. Geht mir noch Zeit. Ja, den würde ich vielleicht weglassen, aber den spielt sie wahrscheinlich auch. Ein kleines bisschen nur. Aber die kannst du nächstes Jahr auf jedem scheiß Festival setzen. Das funktioniert. So. Auf dem Deichbrand als Opening Act. 13 Uhr. Bums. Und ich schwöre dir, der Laden ist genauso voll wie bei Shia Akubat, Hindunats oder Gott weiß bei wem. Vor allen Dingen, weil sie dieses Jahr wahrscheinlich noch mit dem einen oder anderen ein Feature machen wird. Witzig. Ja, witzig. Hört ihr mal an. Hört ihr mal an. Na, du machst halt. Gib mir noch Zeit. Als Kleiner. Mit wem könnte sie dann nennen? Äh. TeeLo. Lass uns doch jemanden nehmen, der nicht bald sterben wird. Weiß ich nicht. So. Aber, ey, Boomerang auch mit Thiago oder mit Finch. Und, also, das ist mein Tag, das ist mein Tag. Ey, Digga, das ist, äh, das ist, das ist geritzt. Fehlt eigentlich nur noch Oli P. der nächstes Jahr irgendwie. Das stimmt. Das wäre vielleicht auch, aber der hat zu wenig Hits gehabt auf jeden Fall. Der hat zu wenig Hits gehabt. Der hat ja schon seinen einzigen Hit, den er damals gehabt hat, Recycle von. Genau, darum, der hat auch immer zu wenig Hits gehabt. Aber wir haben auch noch rumgewitzelt, beziehungsweise ich mit Juju und mit der Managerin, dass ja im Endeffekt gerade Apache mit Udo Lindenberg ein Feature hat. Dann hat Otto Walkes mit Thiago und Westernhagen könnte jetzt, also jetzt müsste ein Feature kommen mit Juju und Westernhagen, weil, dann hätten wir die drei nämlich zusammen, die in Hamburg ja zusammen in einer WG gewohnt haben. In der großen Kommune in Winterhude. So, wie witzig wäre das denn bitte, wenn Juju mit Westernhagen ein Feature machen würde, Alter. Und dann müsste das Video in der Gurke in Harvesterhude gedreht werden, weil die Gurke, habe ich, ich habe so ein Ding am Laufen, dass ich jetzt anfange, dieses Jahr so gewisse Touri-Attraktionen, die man halt als Touri macht, in Hamburg mal so abzufrühstücken, die ich noch nie gemacht habe, wie zum Beispiel auf dem Michel zu sein oder mit dem Bus rumzufahren. Genau, das haben wir gemacht mit diesem Doppeldecker-Bus. Ist mega langweilig. Habe ich mir auch gedacht, scheiße, die gleiche Strecke, die ich jetzt mit dem Bus gefahren bin, die bin ich letzte Woche einfach mit dem Fahrrad gefahren. Aber dann gibt es da halt so richtig, richtig oldschoolige Gala-News, wie zum Beispiel, jetzt fahren wir gerade an der Villa von Michael Stich vorbei. In diesem Haus hat Heidi Kabel gelebt. Also alle Informationen, die du gerade bekommst, hast du auch das Gefühl, dass die schon vor zehn Jahren genauso und diese Witz genauso weiter rausgegeben werden. Und da sind wir nämlich auch an der Gurke vorbeigefahren und die Gurke ist so ein, ja, so ein, was kann man sagen, so ein Restaurant-Schrägstich-Biergarten. Und da sollen sozusagen Westernhagen und Udo Lindenberg und Otto immer eingekehrt sein und den einen oder anderen Suff erlebt haben. Wahrscheinlich waren die da nur zwei, dreimal und die Gurke schrägstich. Das auf die Fahne. Auf die Fahne, dass sie hier mal richtig gesoffen haben. Auf jeden Fall. Ja, aber klar. Und auf der anderen Seite haben wir drüber nachgedacht, welcher von diesen großen musikalischen Stars wird denn dieses Jahr von uns gehen? Und nebenbei, dass ja Tina Turner ja auch schon gestorben ist, habe ich gedacht, eigentlich wäre jetzt doch wirklich Marquise Richards dran. Der hat sich jetzt so lange, der hat, ja, ich weiß, der hat sich jetzt so lange in der Schlange wieder nach hinten gedrängelt, immer wenn keiner aufgepasst hat, so. Dass er jetzt eigentlich jetzt sich hinter keinen mehr verstecken kann, um zu sagen, ja, cool, okay, jetzt bin ich halt auch mal dran. Nee, ich glaube, die Stones werden noch ewig kein Leben, auf jeden Fall. Safe. Aber was ich gerade noch eben sagen wollte zum Deichbrand war, dass ich mit Deichkind zum allerersten Mal live angesehen habe. Hab ich noch nie live gesehen vorher. Und das war der Hammer. Also ganz ehrlich, das war so gut. Das war so unfassbar gut. Also auch bühnenmäßig und Show und keine Ahnung, mit sieben Leuten da oben zu stehen und irgendwie rumzurappen und Sachen zu machen, eine Choreografie mit sieben Stühlen hinzukriegen. Weißt du, so irgendwie hin und her fahren und alles in, also völliger Wahnsinn. Aber dazwischen, also zwischen den Hits, also die haben ja nicht nur Hits, ist ja ganz klar. Die haben ja auch noch andere Songs in ihrer Setlist. Und bei den Nicht-Hits hatten die Leute und die Kids da nicht so wirklich das, wie nennt man das? Geduld. Die Geduld, genau, die Geduld und haben auch, glaube ich, nicht verstanden, was das sollte. Weil das halt schon sehr arty war, was dann da passiert ist. Wie heißt dieser Song nochmal? Gibt's auch ein Video von, wo er mit so einem riesen Rucksack vor so Kühlfächern steht. Da redet er die ganze Zeit eigentlich nur. Ach, du meinst nicht Kühlfächer, sondern wo er in so einem... In einem Supermarkt ist. Ach, wo er in einem Supermarkt ist? Ja, der hat so einen riesen Rucksack auf, der von oben bis nach unten geht und steht vor so einem Supermarkt und macht immer auf und guckt sich Sachen an. Ich komm nicht auf den Song, keine Ahnung. Also er redet die ganze Zeit einfach nur. Also da passiert halt nichts. Und das haben die halt gespielt und die haben dann halt so ein riesen Stoffding da runterhangeln lassen. Dann kam er da vor und hatte diesen Rucksack halt auf und hatte also dieses riesen Ding und hat diesen Song halt performt. Und ich hab's total gefeiert, was er da gemacht hat. Und die Leute neben mir um mich herum wurden total nervös und so, ey, was soll denn der Scheiß jetzt? Ich will das und das hören. Und das haben die nicht verstanden. Dann hat er irgendwann mittendrin eine komplette Pause gemacht und hat diesen Rucksack aufgemacht. Und aus dem Rucksack kam dann irgendwie so Qualm und grüner Rauch raus. Und er wollte sich dann ein Butterbrot rausholen in solche Geschichten. Weißt du, so totaler Wahnsinn einfach. Und das haben die Leute nicht so richtig verstanden. Dinge. Dinge, genau. Danke. Dinge. Und ich fand das total geil. Das war der absolute Hammer. Oder irgendwann haben sie hinten umgebaut und dann haben sie ihre... Die haben ja immer noch so 10, 12 Tänzer innen dabei. Die haben auch immer so weiße Anzüge an und so Roomdancen. Und die haben da hinten, standen die irgendwie auf so... Was war denn das? Das waren so... Weiß ich nicht. Die standen dann, haben halt auch so eine Choreo gemacht. Aber auf der großen Leinwand gab es dann einen riesen Countdown. Und der ist dann von 10 runtergezählt. Aber das war so langsam, dieses 10 runterzählen. Das hat garantiert eine Minute gedauert. Und ich habe das total gefeiert, weil auf der Bühne halt irgendwie diese Choreo war und dann dieses 10 runterzählen. Und das hat echt eine Minute gedauert, bis diese 10 halt unten war. Und die Leute um mich herum sind so nervös geworden. Und die wollten unbedingt Remy Demi hören. Und die sind so nervös geworden. Ich fand es total geil. Also das war ja super gut. Ja, aber es ist ja geil, dass sich Deichbrand, dass sich das Deichkind in den letzten 20 Jahren auch nochmal so komplett umgekrempelt hat. Und von dieser... Ja, Rap-Band. Ja, dieser... Oldschool-Rap-Band. Rap-Band von dieser Sauf-Band, was sie ja eigentlich im Prinzip auch nicht mehr ist, zu dieser Artie-Fartie-Band entwickelt hat. Total. Weil wenn man es so nimmt, kann man schon sagen, dass Deichkind mit Remy Demi und in diesen zwei Zehnerjahren eigentlich ja das waren, was jetzt vielleicht auch Chiago ist. Ja, und Finch, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Das war jetzt so eine komplette Party-Geschichte mit Remy Demi. Ich kann mich doch daran erinnern, dass die auf dem Dogwheel gespielt haben und da versucht haben, sozusagen ein Guinness-Buch, den Rekorde-Eintrag zu bekommen, mit Dosenstechen. Also die haben unfassbar viele Dosen mitgebracht und alle mussten das zur gleichen Zeit schütteln und dann aufmachen und dann sollten die eine riesengroße Dosenfontäne und sich dann mit Dosenbier halt besaufen. Ja. Ich frage mich jetzt gerade... Es wird gearbeitet, Hauke. Ah, und ich dachte, dieses Rauschen kommt... Nee, es wird gearbeitet. Was wird gearbeitet? Was wird denn hier gemacht? Ja, ja, keine Ahnung. Linke Seite, das ist ja alles gespielt. Hier wird doch schon seit... Das weißt du doch, du bist doch jeden Tag hier gespielt. Ja, ich weiß, aber ich... Hamburg ist überall Baustelle. Ja, aber hier ist es auch schon seit zwei Monaten. So, und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir 2007 auf dem Deichbrand gespielt haben und da war an dem Abend Deichkind auch Headliner und der damalige Bühnenmeister, der da gewesen ist, der kam halt einfach nur an den Kanten wir halt so, weil der auch in den gleichen Produktionsräumen gewesen ist, wo wir unseren Proberaum gehabt haben und meinte halt dann einfach, das kann doch nicht wahr sein. Deichkind sind gerade zu mir gekommen, haben wir eine ZD in die Hand gedrückt und einfach gesagt, ja, das ist übrigens unser Set. Ihr müsst einfach nur auf Play drücken. Ja, geil. So, und ich das damals sehr, sehr komisch gefunden habe, habe gedacht, auch wenn die Jungs das dann machen und damals haben die ja noch Mülltüten getragen und sich irgendwelche komische Dreiecke irgendwie auf den Kopf gesetzt und damals wurden halt auch noch Sportfreunde Stille mit dem Helikopter auf den Platz geflogen. Ja, so ändern sich die Zeiten. Die sehe ich im Übrigen jetzt auch nochmal live, tatsächlich, in zwei Wochen spiele ich mit Juju auf dem Szene Open Air, irgendwo, weiß ich nicht, und da spielen direkt nach uns tatsächlich Sportfreunde Stille. Und ich bin ganz schön sauer, dass die nach uns spielen, wenn ich ganz ehrlich bin. Warum? Na ja, komm, entschuldige bitte mal. Müssen wir das noch gut finden? Muss man das noch gut finden? Kann man das noch gut finden? Ich weiß nicht, ob man das noch gut, also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, aber ich weiß, also ich fand die noch, das allererste Album, was die rausgebracht haben, war es, glaube ich, wo Wellenreiten und so drauf war. Weißt du, das fand ich geil, weil das auch so dieses Indie-Pop-Deutsch-Zeug war, was damals gerade so rauskam, Tocotronic, Sterne, dann kamen die Sportis, die irgendwie so ein bisschen witziger waren als alle anderen. Weißt du, die haben sich ja selber nicht so ernst genommen, aber es ging ja irgendwann bergab, also ab, ein Kompliment ging es ja eigentlich musikalisch stetig bergab. Also für mich zumindest, für die nicht, für die war es dann natürlich riesig, aber da habe ich aufgehört, die zu hören, weil ich das total belanglos fand. Also ein Kompliment, ich rocke hier 1914-2020, Bums, Vora. 19, 14, 2020. Ja, keine Ahnung, wann diese Fußball-Scheiße ist, so, weiß ich doch nicht. Da haben, das fand ich halt völlig belanglos, was die gemacht haben, also wirklich, und ich bin gespannt, was das wird, auf jeden Fall, und ob das cool ist, oder ob das nicht cool ist. Und was habe ich dann noch gesehen auf dem Deichbrand? Ich habe STP gehört auf dem Deichbrand, und nein, das verstehe ich nicht, habe ich nicht verstanden. Sie sagen ja selber auch von sich, dass sie die unbekannteste, erfolgreichste Band aus Deutschland sind. Glaube ich denen sofort. Wahrscheinlich auch so stimmt. Und keiner weiß, wann das wirklich losging, keiner weiß, wie das wirklich aufgehört hat. Das Gleiche, habe ich auch das Gefühl, dass es bei Lumpenpack, die jetzt gerade so gehypt werden, so ähnlich ist, die, habe ich gar nicht mitbekommen, dass sie irgendwie 2013, dass es die schon so lange gibt, und dass sie vorher als Poetry-Slammer unterwegs gewesen sind, und auf einmal jetzt so einen Riesen-Hype haben, und ganz viele Sachen so als Co-Headliner spielen, so kleine Festivals. Wann ist das passiert, warum ist das passiert, ist nicht meine Art von Musik, ist auch so, ist so, ja, also, das geht so an mir vorbei. Komplett. Wie heißt dann nochmal die Band, die diesen Song haben? Mein Holz. Ich und mein Holz. Ja, wie heißen die denn nochmal? Das sind die, die auch gesungen haben, Holland ist die geilste Stadt der Welt. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Und ich und mein... Nee, nicht Pony, sondern Holz. Ich und mein Pony. Ich und mein Holz. Ja, gucken wir mal ein bisschen weiter. Zwei Fünf-Siebeners, ja, da haben wir es doch, Zwei Fünf-Siebeners. Das ist auch so ein Ding, was ich auch nicht verstehe. Also, da habe ich mehrfach live gesehen, und ja, das ist für mich so wie Zwei Fünf-Siebeners irgendwie. Aber da passiert zwar einfach vieles, was ich nicht so verstehe. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, das Line-Up des Deichbrand-Festivals kam mir so ein bisschen vor, wie man fischt so im alten Tümpel herum, und man hat aber auch ganz viele neue Pfützen, die man noch niemals reingeschaut hat. Ja, wie soll ich sagen? Ich bin alt, und ich merke es am Line-Up, ich merke es an meiner Lust darauf, wie lange ich auf einem Festival sein möchte, und habe auch gar keine Muße, mir das irgendwie zu geben, weil ich glaube, ich bin nicht mehr so partyaffin, und das sind, glaube ich, diese 60.000er-Festivals, für viele Leute halt einfach eine riesengroße Party mit der Möglichkeit, nebenbei noch mal ein paar nette Bands zu sehen. Das fand ich beim Deichbrand aber gar nicht. Nee? Nee, überhaupt nicht. Also da fand ich Hurricane und Southside etc. wesentlich schlimmer als das Deichbrand. Das Deichbrand hatte wenig Bands wie in den Jahren zuvor, wie so Die Happy, Guano Apes, Skunkin' Nancy, In Extremo, Subway to Sally, was da früher alles gespielt hat. Da hatten die gar nichts von. Die hatten super viel neuen Scheiß. Also super viel neuen Scheiß. Ob das Paula Hartmann war, ob das Fjord war, ob das Nina Chuba war, also die hatten super viel geil. Also ich fand das Line-Up mega. Also wirklich, das war für mich eins der besten Liners. Was ich halt scheiße fand, war, dass der Sonntag eigentlich der Samstag war. Ja. So, ich fand den Samstag relativ schwach, muss ich sagen. So, Electric Cowboy, Broilers, okay, KZ, geil so. Aber der Samstag war ja der absolute Hammer. Also wirklich, da hat ja, also, ne, also warum man Beatrix und Materia und auch Leoniden und wie die alle heißen auf den Sonntag ballern, habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also das war für mich ein Samstag-Line-Up auf jeden Fall. Ja, weil man die Leute halt dann auch gefühlt bei minus drei Grad und Regen noch auf den Sonntag halten möchte, damit die Getränke brechen. Ja, klar, aber das wusste ja vorher keiner, so davon ganz abgesehen. Aber ich fand das Line-Up vom Deichbrand mega gut. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht mega gut ist. Auch was die Palastzelt hatten. Also Leiser, Desaster, super viel Hip-Hop. So Alice Merton hat gestern gespielt und so. Die hatten wahnsinnig viele Frauen. Das Deichbrand hatte wahnsinnig viele Künstlerinnen am Start. Das fand ich total krass, also wirklich. Und auch ganz viele von den Künstlerinnen haben irgendwelche Workshops irgendwo gegeben, bevor die gespielt haben und keine Ahnung. Bier-Yoga mit Alice Merton. Naja, ich weiß nicht, ob das so war, aber ich fand das Line-Up total geil. Aber was gab es denn da für Künstler in Yoga? Das wollte ich sagen, Künstler in Workshops. Nee, es gab Künstler, die Workshops gemacht haben. Die Leiser, die, ich hoffe, dass die Leiser heißen, dass ich die nicht falsch ausspreche, die war auch Support bei Großschlaggeflüster letztes Jahr bei uns. Die hat irgendwie Freitag Workshops gemacht. Keine Ahnung, wo, wie und warum. Keinen Plan, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Fand ich aber auf jeden Fall, ich fand das Line-Up total gut. Nur halt vom, wie die Bands wo gespielt haben, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. So, keine Ahnung. Aber sonst, so Electric Hallboy habe ich mir zum Beispiel gestern im Livestream angeguckt. Nee, nicht gestern, gestern war Sonntag. Samstag habe ich mir das im Livestream angeguckt. Und das war ja auch so eine Band, die ich halt überhaupt nicht verstehe. Und das habe ich sie live gesehen und ich finde es immer noch total scheiße, was die machen. Aber ich verstehe, warum das funktioniert. So, weil das halt auch, das ist, das sind halt die. Alle gehen in die Knie, hüpfen in die Luft. Ja, genau, ja. Alle machen einen Pit und springen sich dann an. Aber die Leute hatten Spaß für zwei Mark. Das war brechend voll. Das war brechend voll. Die Leute hatten Spaß für zwei Mark. Ja, das war brechend voll. Die Leute sind durchgedreht. Die fanden das total geil. Und ich verstehe jetzt, warum das funktioniert. Die Band immer noch belanglos so. Aber kann man machen. Das hat sich aber auch schon geändert seit den letzten 20 Jahren. Früher war es irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, nur die Beatsticks, die halt einmal bei Let Me In gesagt haben, alle gehen in den Knie und springen dann hoch, wenn der Song losgeht. Und das waren im Prinzip damals wirklich nur die Beatsticks, die es gemacht haben. Und dann kamen halt ein paar mehrere Leute dazu, um das irgendwie nachgemacht haben. Und ich dachte jetzt, heute musst du das machen, sonst sind die Fans regelrecht enttäuscht, wenn du die nicht aufeinander zugelaufen lässt. Und das Problem beim Deichband war es halt so, einige haben das natürlich auch einfach so gemacht, aber die brauchen halt auch eine Aufforderung. Das haben wir auch total gemerkt. Die brauchen die Aufforderung dazu. Die brauchen die Aufforderung, jetzt macht ihr ein Loch. Die brauchen eine Aufforderung, jetzt macht ihr eine Wall of Death. Die brauchen die Aufforderung, jetzt hinhocken, hin und dann springen. Jetzt wird gerudert. Ja, die brauchen diese Aufforderung. Die haben da Bock drauf und dann machen die das auch, aber die brauchen die Aufforderung. Das fand ich auch sehr, sehr verwirrend, weil Shih Agu das auch die ganze Zeit gemacht hat. Das hat dann völlig funktioniert. Aber sonst war es wie immer toll. Das Catering war knaller, das war total schön, obwohl ich mir böse Blicke eingeholt habe beim Catering. Warte, wie du ja dreimal hingegangen bist. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte hin und ich wollte Pasta haben und habe die nette Frau da hinten dann gefragt, was habt ihr denn so zum Drauftun? Und sie ist ja Arabiater und irgendwie so eine Pfifferling-Rahmsoße oder so. Ich so, cool, gibt es da auch was, also es ist eins davon mit Fleisch? Und sie so, das ist alles vegan. Und ich so, oh. Und habe halt diesen Schnipper gemacht, weißt du? Und so, wie wenn die Justen das macht. Und ich so, hey, schuldige bitte. So, das kann ich ja nicht wissen. Und sie sagt, Fleisch gibt es nur da vorne. Ich so, ja, da muss man doch nicht gleich so komisch reagieren. Ich habe da einfach nur gefragt, was da drauf ist. In der roten Erde, ja. Was ist denn los bei euch? Damit man auch ganz genau weiß, wer sich da hinten wieder das Fleisch und das Mettbrötchen reinzwiegelt. Und auch, da gab es so einen Kaffeestand im Catering-Zelt, wo du einen geilen Kaffee bekommen hast. Und da habe ich mir immer Eiskaffee geholt, weil es so geil war. Und beim ersten Mal habe ich gesagt, ein Eiskaffee. Da hat sie mir den Eiskaffee fertig gemacht. Ich habe den probiert und der schmeckte ganz, ganz seltsam. Und dann habe ich gefragt, Entschuldigung, warum schmecken die, was ist denn das für eine Milch? Und sie so, ja, Hafermilch. Ich so, kann ich bitte einen mit richtiger Kuhmilch haben? Und sie guckt mich an, mit Kuhmilch. Und ich so, ja, das wäre total nett. Kann auch Haarmilch sein, ist mir scheißegal. Aber es wäre nett, wenn ich die von der Kuh kriegen könnte. Weil die Hafermilch schmeckt halt scheiße. Jetzt hast du dich leicht wieder vegan angewogt gefühlt. Ja, aber ey, es ist ja alles okay. Aber man muss doch nicht gleich so scheiße reagieren. Man muss doch nicht gleich so, mh, das ist alles vegan und mh, das ist Hafermilch. Ja, ich möchte einfach gerne richtige Milch haben. Und da muss man nicht gleich so gucken, als würde ich der Kuh irgendwie direkt ein Messer an den Hals setzen und sie umbringen. So, ich will nur ihre scheiß Milch haben. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber das habe ich nicht verstanden. Warum habe ich jetzt das Gefühl, oder beziehungsweise das Bild vor den Augen, wie du mit dem Messer auf der einen Seite an der Kuh hängst und mit dem anderen hast du die Zitze in der Hand. Gib mir deine Milch! Das finde ich irgendwie übergriffig. Lustig fand ich auch am Donnerstag, weil ja das große Thema war am Donnerstag, generell war das große Thema am Donnerstag nicht Rodos, generell war das große Thema halt auch nicht das Sommerinterview von Friedrich Merz. Das große Sommerinterview. Das große Sommerinterview von Friedrich Merz, wobei ich mir das angesehen habe und gedacht habe, Friedrich Merz hat auf jeden Fall ein paar Workshops bei Nina Tschuba gehabt auf dem Deichbrand, weil wegen Sympathie und so. Der hat irgendwas in seinem Auftreten geändert. Der lächelt die ganze Zeit oder versucht die ganze Zeit zu lächeln. Das hat er bei Nina Tschuba gelernt, oder was? Das hat er auf jeden Fall bei Nina Tschuba gelernt. Ich glaube, wenn Friedrich Merz in den nächsten zwei, drei Monaten auch noch einen TikTok-Kanal aufmacht, dann gibt es nur noch Liebe von ihm. Liebe und Abschiebung. Sein neues Album, Friedrich Merz, Liebe und Abschiebung. Das große Thema war am Donnerstag von morgens bis abends das große Löwengate in Berlin. Achso, du meinst das Wildschweingate. Das Wildschweingate. Ja, das war ja erst am nächsten Tag bekannt, dass es dann doch vielleicht ein Wildschwein ist. Und zwar hat sich das entwickelt von, hast du schon gehört? In Berlin läuft eine Löwin herum. So, was? In Berlin läuft eine Löwin herum? Bis zu dem Punkt hat sich das weiterentwickelt, dann so. In Berlin läuft eine Löwin herum und die hat auch schon mehrere Tiere gerissen. Vor allem hat sie ein Wildschwein gerissen. Also ein Wildschwein hat ein Wildschwein gerissen. Genau. Und dann gab es auch so, die hat auch schon ein Kind angefallen. Nur leicht. Leicht. Und dann war es auch dieses, kein Zoo oder so hat so dieses, ja, wir vermissen eine Löwin. Und dann war es dann, wahrscheinlich gehört das irgendeinem Clan-Mitglied. Ja, das war auch genau irgendeinem Clan. Dann hat sich ja irgendein Clan-Mitglied auch zu Wort geäußert und dann gesagt so, wir Clans haben keine Löwen. Völlig bescheuert. Wie kommt man denn auf die Idee? Ja, keine Ahnung. Am Abend war es dann auch so, ja, ist ja sowieso, dass so die ganzen Großinvestoren aus Saudi-Arabien sich in Berlin, Kreuzberg, Mitte, bla bla bla, sich ganze Wohnungen holen und die dann in Kernen und daraus einen Löwenkäfig machen, so einen schönen Altbaupalast rausbauen und irgendjemand hat bestimmt einen Löwen oder eine Löwin gehabt, die dann halt ausgebüxt ist. Keiner meldet sich natürlich und sagt so, ja, entschuldigen Sie. Das ist meine. Das ist meine. Die hat sich mal kurz verpisst. Die Eingangstür haben wir kurz auf dem Stehen lassen. Ah. Und am nächsten Tag war es wirklich nur ein Wildschwein. Es war leider nur ein Wildschwein. Und dann kamen natürlich die Memes, ne? Also es gab ja zigtausend Memes, so wie König der Löwen, Papa und Simba nebeneinander stehen und im Hintergrund ist der Fernsehturm von Berlin und Simba fragt Papa, wo ist Mama? Und der König der Löwen sagt, die ist in Berlin. Und nur sowas halt, weißt du? Und deshalb auch ein ganz großes Juhu, Deutschband-Memes ist wieder da. Ja, ich weiß. Es ist wundervoll, dass sie wieder da sind. Aber ich finde es gerade nicht so witzig, was sie machen. Oh, das ist schon mega. Oh, weiß ich nicht. Also ich finde das schon, ich finde schon ziemlich viele Sachen ziemlich hart. Gästeliste 12.8. Leipzig-Rammstein. Und du siehst halt einfach. Ja. Finde ich aber nicht witzig. Doch. Ich finde es schon komisch. Finde ich irgendwie nicht witzig. Aber hast du es mit der Antiflag mitgekriegt? Was ist denn da schon wieder los? Ich habe nur gefährliches Halbwissen. Ich habe nur gehört, irgendwas ist bei einem Podcast rausgekommen. Genau, es gab einen englischen Podcast, wo gesagt worden ist, dass ein Sänger aus einer politischen linksgerichteten Punkband jemanden vergewaltigt hat oder sexuell übergriffig geworden ist. Und es wurden aber keine Namen genannt. Aber wenn man den Podcast hört, also ich habe den Podcast gehört und da kam fast tatsächlich nur eine Band irgendwie in Verdacht. Und dieser Podcast ist rausgekommen und gefühlt eine halbe Stunde später haben Antiflag ihre Auflösung bekannt gegeben. Wie bitte? Ja, also die haben nicht irgendwie geschrieben so, ey Leute, hier steht was im Raum, wir würden das gerne vorher mal klären. Wir machen jetzt irgendwie mal erstmal keine Facebook-Postings, wir spielen mal keine Konzerte, wir müssen dann mal was klären. Nee, es war Hallo, die Band Antiflag löst sich auf und haben alle Konten, Facebook, Insta, Patronen, wie auch immer, alles komplett gelöscht. Und haben sich dann bis dato noch nicht zu der Sache geäußert. Okay, und der Podcast nennt zwar keine Namen, aber man weiß, um wen es geht. Ja, man könnte rausfinden, um wen es geht. Und die, die diesen Podcast führen, sind zwei Musikjournalistinnen? Tinnen, genau, die auch im Punkrock halt sehr, sehr, sehr stark verwurzelt sind und verankert sind. Und genau, es soll sich auf jeden Fall um den Sänger von Antiflag handeln. Ich bin gespannt, was da rauskommt, aber ich finde es schon ganz schön krass, einfach, also komplett die Band aufzulösen. Weißt du, was ich meine? Also nicht irgendwie zu sagen, so ey, wie gesagt, hier steht gerade was im Raum, das würden wir gerne klären. Nee, wir lösen die Band auf. Das ist schon ein bisschen strange, auf jeden Fall. Also eine Unschutzvermutung gilt natürlich, darum geht es natürlich überhaupt gar nicht so. Aber die zwei Sachen sind relativ eindeutig sehr schnell hintereinander gekommen. Ja, ja, sehr, sehr schnell. Sehr, 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 sehr schnell. Ich weiß nicht, ob dieses Awareness-Thema auch im Ausland so das Thema macht, weil ich habe am Donnerstag noch, weil ich jemanden vertreten musste, und zwar den Sascha Krüger, der normalerweise die Interviews gemacht hat auf dem Deichbrand. Dann habe ich ein Interview geführt mit Mola und einmal mit You, Me at Six und You, Me at Six, da habe ich irgendwann auch dieses Thema angerissen und die kommen aus England und haben halt gesagt, so ja, wir haben so ein bisschen was mitbekommen, aber halt nur, also wir können gar nicht darüber sprechen, weil es ist gar nicht so an uns herangetragen worden oder das ist bei uns nicht relevant oder das ist auch gar nicht so das Thema. Also Awareness cool, aber was da gerade bei euch mit Rammstein abgeht, haben wir gar keine Ahnung. Also es ist kein internationales Thema. Ist zwar eine internationale Band, aber ist nur nationales Thema. Auch in der zweiten Welle von Rammstein. Ja, aber jetzt kommt es dann wahrscheinlich halt dann auch bei den anderen Bands an. Also nicht nur bei den deutschen Bands. Das gab es doch schon immer. Brand New, Huberstank, hießen die Huberstank? Mit The Reason. Das ist Huberstank, genau. Ja, Huberstank, Brand New, wie sie alle hießen. So, das gab es doch alles schon mal. Das gab es alles schon mal, aber es wurde niemals groß an die Glocke gehängt und es waren, ja. Nicht so groß wie jetzt, ja, ist klar. Queens of the Stone Age, der Bassist ist damals da rausgeflogen, wurden, gegangen, weil er seine Frau geschlagen hat. Und das war, irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie eine Woche lang in der Visions war das mal Thema. Und dann war das aber auch gar kein Thema mehr. Genauso wie der Gitarrist, glaube ich, von SLA Dying. Ja, der auch. Einen Auftragsmörder geholt hat, um, weiß ich nicht, die Katze seiner Freundin umzubringen. Irgendein anderer Band hatte doch auch mit Kindern gehabt. Und, also, das gibt es halt schon, es wird vielleicht noch nicht so groß. Da spielen Menschen, da sind Männer, da passieren weirde, komische Geschichten. Ja, ich sag ja, aber ich fand, ich finde es, wenn es wirklich so sein sollte, bei Antiflack halt so, pff, so völlig absurd. Weißt du, so die, die Vorzeigeband mit allem, ne? Also, ob es jetzt irgendwie Feminismus war oder ob es links war, ob es politisch war, was auch immer. Es war die Vorzeigeband, so, hier läuft alles richtig. Aber, Mann, ey, die linke Punkrock-Bubble war noch nie und wird auch nie ein Safe Space sein. Das ist so. Das war, das ist einfach Fakt. So, dafür gibt es da einfach zu viele Männer. Ganz einfach. Es gibt einfach zu viele Männer. So. Braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Da wird nochmal in der Vergangenheitsblase ordentlich herumgestochert. Und wir werden uns noch umgucken, was da noch für Geschichten rauskommen. Und man kann darüber reden. Und man kann auch mit dem Kopf schütteln. Und man kann einfach nur sagen, aber jetzt machen wir es alles besser. Ja, aber das machen wir ja nicht. Na. Also, wir beide schon. Aber alle anderen halt nicht. Meistens. Meistens. Sehr gut. Ja, sag, was du willst. Was ich will? Ich wollte sagen, dass wir eine wunderbare Playlist haben. Ja, siehste. Die da heißt Astrakulala Nachtasyl. Siehste. 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 Und da würde ich mir zwei Songs drauf wünschen. Siehste. Beide am Freitag, drei Songs sogar. Ich wünsche mir einmal von Adam Angst die Lösung für deine Probleme. Der kam nämlich Freitag raus. Da hatte aber der Adam Angst ja schon so ein bisschen bei Danger Dan so geguckt. Und da hat sich gedacht, so Mensch, wenn das mit dem Klavier gut passt. Ja, aber es ist ein Song. Es ist, ich weiß, es ist ein Song. Und du bist der Erste gerade, der das sagt. Findest du? Der Erste in meiner Bubble, der das sagt. Also, ich finde den Song gut. Das ist ein guter Song. Aber beim erstmaligen Hörmann habe ich schon gedacht, so, na, da haben wir ein bisschen rüber geluschert bei Danger Dan. Aber ich finde es gut. Es passt. Es passt. Er geht ja auch nach hinten raus noch komplett auf, so. Und es ist halt ein Song auf dem Album. Also, es wird ja kein Klavieralbum werden. Und dann wünsche ich mir von Juju und Bad Moms J. Großartiger Song. Frauenpower. Sie ficken alles weg. Und Fall Out Boy. Unsere Fall Out Boy Boys haben allen Ernstes We Didn't Start the Fire gecovert. Und das ist gut? Ey, das ist der Hammer. Mit neuem Text, ne? Also, von irgendwie, was war das? 2000 bis 2023 oder so. Und haben da die ganzen Sachen halt reingeballert. Okay. Ey, großartiger Song. Was meinst du mit den ganzen Sachen reingeballert? Naja, der Song besteht ja eigentlich nur aus so, äh, ja, was sind das? Aus Namen und so Halbsätzen von Sachen, die in verschiedenen Zeiten passiert sind. So, ich weiß nicht mehr. Billy Joel war es, glaube ich, der das Original gemacht hat. Ist das richtig? Ja. Und ich weiß nicht, in welchem Zeitraum das bei dem war. Ich glaube, das fing irgendwie im Vietnamkrieg an. Und dann ging er irgendwie bis, keine Ahnung, bis 80 oder so. Was weiß ich. Aber das sind ja alles aktuelle Namen und aktuelle Themen, die da behandelt werden. Und genau so haben Fall Out Boy das auch gemacht. Tja. Und hier, My Chemical Romance, wollte ich gerade sagen. Äh, Chemical Brothers haben auch eine neue Single rausgebracht. Die bringen, ja. Äh, da hab ich nämlich vor ein paar Tagen noch drüber nachgedacht. Wann kommen die eigentlich mal wieder nach Deutschland? Und die haben jetzt, äh, Live Again mit Halo Mode, äh, eine neue Single rausgeballert. Und, ich war gerade ein bisschen traurig, dass du, äh, nicht Captain Planet gesagt hast. Weil Captain Planet haben nämlich auch... Haben die das doch gar nicht draufgenommen. Nee. Echt nicht? Nee. Ja, dann, äh, Captain Planet mit, äh, Neujahr. Bam, 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 bam. Eine neue Platte ist raus, bald. 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 Äh, und ich hab gerade gesehen, die machen zwei Hamburg-Termine, die beide schon ausverkauft sind. Ich hab Tickets. Im Hafenklang. Ja, im Hafenklang. Das große Hafenklang. Die Lehrer, die, 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 die Lehrerband. Macht zweimal, macht zweimal Hafenklang, finde ich geil. Ich konnte mir aussuchen, entweder den Freitag oder, 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 oder den Samstag nehmen. Entweder Rang oder Parkett. Und, ähm, ich musste mich entscheiden, weil wir ja im Dezember auch hier Sachen haben, in der Astra Stube. Ja. Musste ich mich zwischen zwei Bands entscheiden, die Freitag und Samstag spielen. Welche Bands möchte ich denn lieber sehen? Und dann ist leider die Band am Freitag rausgeflogen. Tja. Und dann gucke ich mir Captain Planet an. Okidoki. Wir hören uns nächste Woche. Dann, ähm, können wir wieder über dies, das und jenes sprechen. Dies, das Ananas. Dies, das Ananas. Da Daniel hört man wieder. Fantastische, gute Laune ist wieder am Start. Kratzt sich nochmal kurz am Kopf. Macht er. Und geht mit den letzten Worten. Habt eine schöne Woche. Prosit. Tschüss. 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 Vielen Dank.